Ahoi, ihr Landratten! Von allen Piraten, die um die sieben Weltwehre segeln, bin ich der berüchtigste und legendärste. Ich bin Piratenkapitän Berchi. Der Pirat, der niemals lächelt. Ei, ei! Ich hab mehr Beute gemacht und schätze an mich gerissen, als was ich vorstellen kann. Und doch hat mich das nicht wirklich glücklich gemacht. Und so hatte ich nie einen Grund zum Lächeln. Haha, hier mit eurer Schatztruhe, ihr schwächlichen Seebärchis. Hör mal, wenn du die Schatztruhe haben willst, dann musst du sie dir schon holen. Ah, genau das werde ich jetzt machen. Ich habe Geschichten von der magischen Schatztruhe gehört, die dir gibt, was immer dein Herz begehrt. Viele Piraten haben sie gesucht, aber sie konnten sie nicht finden. Und wer sie gefunden hatte, der konnte sie nicht öffnen, wie er es auch anstellte. Und die wenigen, die die Schatztruhe öffnen konnten, wünschten sich nicht einen Schatz des Herzens, sondern immer nur Gold. Und waren den Rest ihrer Tage unglücklich. Wenn ich die Schatztruhe erst geöffnet habe, werde ich meinen Wunsch nicht verschwenden. Was du dir auch wünschen willst. Was immer du brauchst, sieh in dein Herz und du wirst wissen, was es ist. Erst dachte ich, ich wäre das Opfer eines üblen Streichs. Aber dann passierte etwas, das mich für immer veränderte. Ich fand einen Freund. Ah, ein Freund? Und das war das Ende vom Piraten, der niemals lächelte. Ich bat nicht um Reichtum oder Gold. Die magische Schatztruhe gab mir den größten Schatz, den man sich vorstellen kann. Freundschaft. Ah, Freundschaft! Ich zeichnete eine Schatzkarte und versteckte den Schatz. Bis zum heutigen Tag wartete er auf ein glückliches Bärchi, das ihn findet und den ultimativen Schatz entdeckt. Brauchst du Hilfe, kleines Bärchi? Ich glaube schon. Was ist das alles? Onkel Schmusebärchis Sachen. Er ist ein richtiges Sammelbärchi. Der Aufräumtag ist eine gute Gelegenheit, sich von alten Dingen zu trennen. Halt! Stopp! Die Dinge müssen erstmal sortiert werden. Da sind die Dinge, die wir behalten, da ist der Müll. Und da ist der Haufen für Kinderspielsachen. Alles, was wir behalten wollen, muss gründlich sauber gemacht werden. Also, das ist alles Müll. Dann bringen wir es zum Müllhaufen. Tja, Brumbärchi, diesmal kann ich dir nicht helfen. Das musst du ganz allein machen. Wadekappe, Bürste, Quietsche-Entchen. Nein, nein, nicht Brumbärchi. Komm schon. Wie oft haben wir das jetzt geübt? Hey, verzichte drauf. Sortier es aus. Ich habe ja was aussortiert. Aber das kannst du doch besser los. Aber die Sachen sind noch zu gebrauchen. Ja, und zwar für Kinder, die was damit anfangen können. Außerdem wolltest du abspecken. Na schön. Oh, ich meine... Arrrr! Wow, Onkel Schmusebärchi hat aber auch alles aufgehoben. Nicht, Wunderherz! Stopp! Hä? Hallo, Onkel Schmusebärchi. Ich wünsche einen fröhlichen Aufräumtag. Ach, oh, ja, danke schön. Ich helfe dir dabei, den ganzen Müll zu entsorgen. Nett von dir. Aber die Sachen müssen zurück zum Leuchtturm. Was? Wieso denn? Weil das kein Müll ist, Wunderherz. Das sind wichtige Dinge aus der Geschichte der Glücksbärchis. Ach, wirklich? Ja, an diesen Dingen hängen jede Menge Erinnerungen. Alles klar, Bärchis. Es wird Zeit, aus alt neu zu machen. Glücksbärchi-Säuberung, los! Ja, hurra! Oh, was ist denn das? Oh, das ist die zweite Platz-Ehrenschleife für Super-Bärchi-Kraft. Super-Bärchi-Kraft? Ja, die hat einmal ein Bärchi-Team beim berühmten Bauchzeichen-Wettbewerb bekommen. Und jetzt kommen wir zur letzten Runde des Bauchzeichen-Wettbewerbs. Jetzt geht es ums Ganze. Es sind nur noch zwei Bärchi-Teams übrig. Und der Gewinner dieser Runde bekommt den begehrten Pokal. Zuerst sind die Titelverteidiger dran, die Kuschelbärchis! Ja! Kuschelbärchi-Glicksumarm und los! Äh, also das krieg ich auch ganz allein hin. Ja! Genau, ich auch! Ja, genau! Das mache ich mit Links, während ich mir die Pfotenpediküre... Was? Nein, nein, nein! Ihr habt den ganzen Tag über nicht gut zusammengearbeitet. Wenn ihr die Kuschelbärchis besiegen wollt, dann müsst ihr als Team zusammenarbeiten. Das war Bärchi-tastisch! Ob die Wolkenlandbärchis das überbieten können? Ja! Hey, hey! Gut, Bärchis, und jetzt kommt die große Team-Umarmung! Konzentriert euch! Hey, hey! Es sieht nach Regen aus! Das ist Musik in meinen Ohren! Hey! Sagt Hallo zu meinem Regenbogen! Ja, aber nur, wenn du Hallo zu meinem Sonnenschein sagst! Und die Gewinner sind die... Kuschelbärchi! Ihr seid die Zweiten! Dankeschön! Danach ist die Wolkenlandbärchimannschaft auseinandergebrochen. Aber der zweite Platz ist doch wunderbar! Ein Hurra für die Wolkenlandbärchis! Oh! 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 Ich frag dich, was das ist! Ist ja gut, ist ja gut! Beruhigt euch! Onkel Schmusebärchi, sieh mal! Nein, jetzt nicht Wunderherz! Siehst du nicht, dass ich... Ich wollte gerade malen und plötzlich ist das hier aufgetaucht. Was ist das? Das? Das ist die verschollene Schatzkarte vom Piratenkapitän Berchi. Oh, Piratenkapitän Berchi. Ich dachte, die Legende vom Piratenkapitän Berchi wäre nur eine Legende. Oh nein, Sonnenschein, sie ist wahr. Piratenkapitän Berchi ist einer meiner Glücksberchi-Vorfahren. Es wird immer behauptet, dass ich meinem alten Piratenkapitän Berchi-Vorfahren ähnlich sehe. Eine Schatzkarte, die wir nicht mal lesen können. Das ist irgendein Geheimcode. Wenn wir sie nicht entziffern können, ist sie genauso nutzlos wie Schokoladenpudding ohne Löffel. Kannst du sie lesen? Nein, aber in meinem Leuchtturm habe ich ein Buch, das mir helfen könnte. Andererseits könnt ihr Berchis auch zusammenarbeiten, um es herauszufinden. Ha, dieses alte Glücksberchi ist aber auch zu gar nichts nütze. Was ist mit dir, Teilegern? Kannst du sie lesen? Nicht doch. Mein Bauchzeichen hilft mir, mit Tieren zu sprechen, nicht geheime Codes zu entziffern. Schatz, mach doch mal. Ist ja gut. Ich versuch's. Ich, 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 ich kann sie lesen. Wir sind sehr gespannt. Was du dir auch wünschen willst, was immer du brauchst, sieh in dein Herz und du wirst wissen, was es ist. Na toll. Erst brauchen wir ein Bärchen, das die Übersetzung übersetzen kann. Also, der Legende nach war Piratenkapitän Sperchis letzter Schatz eine magische Schatztruhe, die dir alles gibt, was du möchtest. Diese Karte führt uns zu ihr. Wunderbar. Los suchen wir sie. Ha, na klar, Kleine. Und wo, hm? Da steht nicht mal, wo wir anfangen sollen. Oh, äh, Momentchen. Arr. Da steht noch ein Rätsel ganz unten. Lustig. Arr. Lies endlich vor. Oh, äh, na schön. Über dem Wasser verschmilzt gelb und blau. Dass was falsch ist, richtet, sodass es passt genau. Gelb und blau verschmelzen? Oh. Ah, ah, das ist grün. Hä? Gelb und blau vermischt ergibt grün. Und wenn man Wasser und Licht hinzufügt, erhält man einen Regenbogen. Aber, hm, ich bin mir nicht sicher. Ein grüner Regenbogen? Äh, äh, über dem Wasser. Das ist kein Regenbogen, das ist eine Brücke. Eine grüne Brücke. Die Schwarzbrücke. Na dann los. Uh, wenn wir den Schatz gefunden haben, dann baue ich mir ein großes Musikstudio. Und ich gehe zum besten Pelz-Stylisten und ich werde superreich und berühmt sein. Oh ja, und ich kriege einen Superheldenanzug mit einem Düsenrucksack. Ach, und ich wollte schon immer ein paar 24 Karat goldene Glitzerpompons haben. Und ich kriege einen Sessel mit eingebautem Grill, sodass ich chillen und grillen kann. Was ist mit dir, Teilegern-Berchi? Willst du ein neues Tee-Service? Oh nein, davon habe ich mehr als genug. Ich möchte, dass alle meine Freunde zu mir kommen und mit mir gemeinsam Tee trinken. Äh, wirklich? Das, was falsch ist, richtet, sodass es passt genau. Ich frage mich, was das heißt. Es muss was mit der Brücke zu tun haben. Irgendwas ist nicht richtig. Seht mal, ob euch was auffällt. Hier, dieses Maragd ist alles als die anderen Edelsteine. Hä? Hey, du hast recht. Mal sehen, ob wir ihn richten können. Hm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was soll das schon bewirken? Ach, das ist sicher völlig unwichtig. Oh, seht doch! Ah! Los, kommt! Oh nein! Ich werde diese Piratensachen nicht anziehen. Die sind mir zu hässlich. Was soll das schon bewirken? Das ist sicher völlig unwichtig. Ach, na schön. Hey, seht mal! Oh, ein Hinweis! Ein Hinweis! Wies vor, was draufsteht, Teilegern. Die Reise führt euch weiter, die ihr schon sehr bald seht. Und ihr müsst selbst entscheiden, wohin die Reise geht. Der Weg nach links ist besser. Vorbei am verdrehten Baum. Der rechte Weg ist schwieriger. Den schafft man kaum. Na schön. Also müssen wir nur einen verdrehten Baum finden. Oh, der Baum da sieht verdreht aus. Puh. Ups. Oh nein. Fahren wir jetzt nach rechts oder links? Wir fahren nach links. Hallo, wir fahren nach rechts. Das ist falsch. Seht doch! Hören Sie auf zu schreien! Hast du eine bessere Idee? Nein. Dann schreie ich einfach weiter. Schnell, wir müssen ans Ufer. Wir brauchen stärkeren Wind. Ein kräftiger Wind kommt sofort. Oh nein. Manchmal kann ein Sturm ganz hilfreich sein. Und das war sicher nicht nur heiße Luft. Das ist der Wald der Sorgen. Oh wei. Der Name sagt schon alles. Mal sehen, wann wir den nächsten Hinweis finden. Boah. Na also. Äh. In den Wald der Sorgen müsst ihr gehen. Das, was ihr sucht, werdet ihr auf der Lichtung sehen. Also da, wo keine Bäume stehen? Ja, das ist eine Waldlichtung. Genau da sind wir. Erstmal muss man im Wald sein, bevor man auf eine Lichtung stößt. Und das bedeutet, wir müssen da reingehen. Muss das wirklich sein? Seid mutig, Berchis. Kommt mit. Oh, es ist ganz schön dunkel hier drin. Es ist nicht nur dunkel. Es ist doch gruselig. Hoffentlich kommen wir hier wieder raus. Hey, wir gehen im Kreis. Das ist echt nicht einfach. Das ist wirklich ein Wald der Sorgen. Waren wir hier nicht schon mal? Wir haben uns verirrt. Oh nein, wir sind erledigt. Das war's. Oh nein. Stopp, nein. Wir lassen uns vom Wald der Sorgen nicht unterkriegen. Noch besteht Hoffnung. Wir folgen dem Regenbogen. Das war knapp. Zu knapp. Sag ich das. Oh ja. Aber wir haben es geschafft. Oh yeah, es geht uns allen gut. Rot, Orange, Gelb und Grün und Blau machen uns Mut. Hurra! Oh ja, macht alle mit. Macht mit. Oh ja. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Es sieht aus wie Biestli. Seht doch. Ich würde sagen, das ist ein weiterer Hinweis. Ist ja gut und schön, aber wie kommen wir da ran? Oh, das sind ja furchtbare Töne. Oh, das ist es. Danke schön, danke schön. Tja, Musik besiegt die stärkste Bestie. Hier ist ein Tor. Wir sind fast da. Teile, Gemberchi, was steht auf dem Zettel? Hinter diesem Tor. Der Schatz macht euch reich. Drückt auf den Knopf und das Tor öffnet sich gleich. Oh, darf ich auf den Knopf drücken? Oh nein, es ist kaputt. Vielleicht ist es nicht kaputt, sondern nur... Ohne Energie. Brummel, du hast nicht zufällig ein superlanges Verlängerungskabel in deiner Tasche, oder? Durch deine Schuld leider nicht. Du hast doch gesagt, ich soll abspecken. Wer braucht ein Verlängerungskabel, wenn es mich gibt? Ich hab doch Energie. Hey. Sonnenenergie. Oh, was ist das? Da. Mein Musikstudio. Goldene Glitzerpompons. Mein Düsenrucksack. Na, das war ja ein komischer Pirat. Der hat die Schatztruhe nicht mal versteckt? Das war nicht nötig. Die Schatztruhe ist verschlossen. Durch Zaubermagie. Doch habt ihr alle Hinweise, dann öffnet ihr sie. Setzt alles zusammen. Na los, das schafft ihr doch. Macht ihr es gemeinsam, seid ihr viel stärker noch. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Ist ja auch egal. Ich glaube, so funktioniert das nicht, Brummberchi. Na schön, Piratenkäptenbergi. Wollen wir doch mal sehen, was du dazu sagst. Guter Versuch, aber dazu braucht man richtig starke Energie. Sag mal, was soll denn das jetzt bedeuten? Ihr zwei seid eine super Vorgruppe, aber jetzt wird es Zeit für die Hauptattraktion. Vergiss es! Nur ich hab die Feuermacht, die Schatztruhe zu öffnen. Macht ihr es gemeinsam, seid ihr viel stärker noch. Ihr seid des Berchis, ihr seid der Schlüssel. Ihr müsst alle zusammenarbeiten. Frieden und Harmonie. Wir brauchen Frieden und Harmonie. Oh, wir brauchen Harmonie. Na toll, jetzt kommst du auch noch. Wir brauchen Harmonie. Nein, Brummel, wirkliche Harmonie. Und jetzt tolle Glücksbärchen-Energie. Ja, zusammen schaffen wir es. Ja, tolle Glücksbärchen-Energie. Ja, Glücksbärchen-Energie. Ha, endlich findet eure Suche ein Ende. Der Schatz, das sind die Freunde, drum reicht euch die Hände. Ha, das kapiere ich nicht. Wir sind nur wegen dieser Trophäe hergekommen. Wo ist denn der richtige Schatz? Den haben wir schon. Ach, was du nicht sagst. Oh Mann, und dafür die ganzen Strapazen. Ach, Brummel, Berchi. Wolltest du nicht diesen Grellsessel? Aber ist der beste Schatz nicht, wenn man sich um seine Freunde kümmern kann? Und alles mit seinen Freunden teilt? Nein. Sich um seine Freunde kümmern und mit ihnen teilen. Berchis, unser Aufräumtag. Oh je, oh je, wir waren so sehr mit uns selbst beschäftigt. Dass wir die Sammlung für die Kinder vergessen haben. Na dann, kommt, Powerbärchis. Wir haben noch einiges vor, also beeilen wir uns. Wir müssen ein paar Freunden helfen. Auf geht's, ihr Langratten, juhu. Gib mir ein Zett. Gib mir noch ein Zett. Wie buchstabiert man das? Äh, äh... Oh? Teile gern, Berchi. Wir haben dein Zeichen gesehen. Ist alles in Ordnung? Gibt es ein Problemo? Guten Morgen, alle Berchis. Heute ist der große Tag. Ist das zu fassen? Er ist endlich da. Oh ja, endlich. Äh, worum genau geht es denn? Der Tag, an dem die Regenbogenblütenbüsche im Wald der Gefühle blühen. Du hast uns wegen eines Busches geweckt? Die Regenbogenblüten sind keine gewöhnlichen Büsche. Aus ihren Blättern macht man meinen Lieblingstee. Er schmeckt wundervoll, absolut sagenhaft, einfach nur teetastisch. Wir haben's ja kapiert. Der Tee ist gut. Ich kann's kaum erwarten, diesen Tee zu probieren, für den ihr alle so früh aufgestanden seid. Und ich kann's kaum erwarten, mit euch den Zehn-Kilometer-Marsch in die Mitte des Waldes zu machen, um mit euch unter Mühen die Blätter zu pflücken. Normalerweise brauche ich ja keine Hilfe, aber in diesem Jahr sind die Büsche größer als je zuvor. Ich hab Hurra, Berchis, nährstoffreichen Superdinger benutzt. Hey, toll gemacht, Hurra, Berchi. Ich helfe ja immer gern. Wir müssen los, Berchis. Wenn die Sonne hochsteht, ist es unheimlich heiß im Wald. Sind alle Berchis bereit? Na ja, also, ich weiß nicht, ähm... Äh, na ja, die Sache ist so. Also, ich weiß nicht, ich bin, ähm... Hey, Moment mal. Heute ist der Wolkenland-Kindertag. Ihr wisst, was das heißt. Kindertagsfoto. Oh, toll, wie aufregend. Und, äh, was genau machen wir? Hm, ja, weißt du, Wunderherz, jedes Jahr kommen die Kinder, die uns schon mal besucht haben, zu einer großen Party zu uns. Und am Ende der Party bekommen sie ein ganz besonderes Foto mit nach Hause. Das einzige Problem ist, jedes Jahr sehen wir furchtbar aus. Wie es dem alten Ziegenbock wohl geht? Ich wollte ihm schreiben. Wir haben lange genug schlechte Fotos gemacht. Dieses Jahr wird unser Porträt perfekt. Wir müssen den Tag nutzen, um aufzuräumen und uns vorzubereiten. Och, den ganzen Tag sauber machen, muss das sein? Ja, können wir nicht zuerst in den Wald gehen? Tut mir leid, teile gern. Oh, Entschuldigung. Sonst liebend gern. Ich würde ja mitkommen, aber... Och. Wow. Berchis? Wo bin ich? Willkommen im Wolkenland, dem Ort voller Magie und Wunder. Ich bin Hurra, Berchi. Entschuldigung, ähm, ich meinte, wo bin ich in meinem Videospiel? Glücksbärchis, das ist Susi. Oh, hallo Susi! Wie geht's dir? Schön, euch alle kennenzulernen. Möchte jemand mit mir mitspielen? Oh, ich möchte gern. Aber wir haben leider noch jede Menge vorzubereiten, vor allem Brummbärchi. Hey, ich hab den ganzen Tag Rahmen für unsere Fotos für die Kinder gebaut. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne, so ist das eben. Na dann, aufräumen und sauber machen, Glücksbärchis. Och, schade. So viel zu den Regenbogenblüten und meinem leckeren Tee. Harmonie. Teile gern hat bestimmt Zeit, den Tee zu ernten und sauber zu machen, wenn sie sich beeilt. Und teile gern, wenn du Hilfe brauchst, bitte doch mal Susi um Hilfe. Hilfst du mir, Susi? Eigentlich dachte ich, ja, ich könnte mich heute mal ein bisschen ausruhen. Aber ich helfe dir. Oh, danke, danke, danke. Das wird so einen Riesenspaß machen. Na schön, aber teile gern, Brächi, wenn wir das Foto machen, musst du zurück sein. Und mach dich nicht so schmutzig im Wald. Keine Sorge, wenn Susi mir hilft, bin ich eins, zwei fix zurück. Wir kennen sogar noch Regenbogenblüten vor dem Foto trinken. Das lässt unser Fell leuchten wie ein Regenbogen. Dann siehst du auf dem Foto besser aus. Das klingt fantastisch, solange sich kein Brächi mit dem Tee bekleckert. Oh, sowas kann passieren. Na schön, los, komm, Susi. Äh, Susi? Das war knapp. Es ist so wunderbar, dass die Regenbogenblütenbüsche endlich blühen. Ich bin gerade zu Glücksbärchi glücklich. Das ist wirklich unfassbar. Wir müssen mit dem Kanu fahren. Hilfst du mir, es ins Wasser zu schieben? Auf drei, eins, zwei, drei. Sag mir, wenn du so weit bist. Weißt du, Susi, für mich sind die Regenbogenblütenblätter das Allerschönste, was es im Wolkenland gibt. Könntest du ein bisschen kräftiger paddeln? Danke. Na ja, eigentlich war mein erster Käsekuchen das aufregendste Erlebnis. Das liegt ja auch auf der Pfote. Käse und Kuchen zusammen. Kannst du ein bisschen kräftiger treten? Danke. Ich war auch sehr aufgeregt, als ich das erste Mal mit einem Kläferfisch gesprochen habe. Der Fisch plapperte wie ein Wasserfall. Und wir beide hatten uns so viel zu sagen. Können wir mal tauschen? Danke. Du bist schwer. Ja, dieser Bär ist wunderschön. Hey, seht mal her. Na schön. Also ich bin bereit. Mal sehen, was die anderen Glücksbärchis so machen. Brummbärchi, du bist ja immer noch ganz schmutzig. Was habe ich dir gesagt? Du solltest doch ein Bad nehmen. Aber ich habe schon zwei genommen. Und ich stehe kurz vor meinem dritten Bad. Dieser Schmutz ist ziemlich hartnäckig, weißt du. Äh, bade ruhig viermal. Sicher ist sicher. Oh, herrlich. Dieser Wald ist unglaublich. Findest du nicht auch? Hä? Oh nein, mein Computerspielwald ist tausendmal schöner. Oh ja. Ich kann es kaum erwarten, die Büsche zu sehen. Ich verrate ein Geheimnis. Ich habe ein klein bisschen mehr Dünger benutzt, als Hurra, wer hier erlaubt hat. Ach ja? Ja, zehnmal so viel. Normalerweise sind die Büsche so groß. Aber dieses Jahr, wer weiß. Jetzt wurde ich beinahe von einem Busch gefressen. Ah, die Regenbogenblütenbüsche sind ein klitzekleines bisschen größer als erwartet. Na ja, dann wird der Tee aus ihren Blättern sicher noch besser schmecken. Du willst Blütenblätter von diesen Dingern? Sie sind größer als meine Tante Gertrud und sie sehen noch gemeiner aus. Kein Problem. Wir müssen nur etwas härter arbeiten. Ja, harte Arbeit klingt ein bisschen nach, ähm, hart und nach Arbeit. Ja, vielleicht. Aber wenn wir zusammenarbeiten, geht das ganz schnell. Los, komm, greifen wir uns dieses Blatt hier. Na ja, ich weiß nicht. Ich mache eine Pause. Das Blatt ist für dich. Hab ich dich. Susi, pack mir zu. Sehr gut. Was? Ich hab es. Oh, du hast dich aber rausgeputzt, Sonnenschein-Berhi. Dankeschön, Harmonie. Ich hab mich extra lang für das Foto gebürstet. Ich bin überrascht. Sonst kannst du nicht widerstehen, Spaß, Sachen zu machen und schmutzig zu sein. Das ist ein wichtiger Tag. Alles eine Frage der Selbstkontrolle, hm? Oh, sieh mal! Wellen reiten! Oh, Sonnenschein! Nein! Wuhu! Oh, je, Minei. Au! Ach, jetzt komm schon, du störrisches Ding. Und? Läuft hier alles gut? Oh, ja, alles bestens. Wunderherz sucht sich gerade ihre Garderobe aus. Was meinst du, Harmonie-Berhi? Entweder das. Aber es geht auch das. Oder das. Oder das. Oder das. Oder das. Oder das. Vielleicht auch das. Oder das. Das da. Bist du sicher? Da drüben ist noch viel, viel mehr. Äh, das ist gut. Du siehst toll aus. Deine Fliege sitzt etwas schief. Ach. Oh je. Endlich haben wir es geschafft. Ich hab's hingeblättert. Hingeblättert? Ich lache mich kaputt. Ach, ja. Können wir jetzt chillen? Oh, äh, gleich. Wir müssen nur noch die 50 Schritte machen, um einen köstlichen Tee zu brühen. 50 Schritte? Das klingt aber nach einer ganzen Menge Arbeit. Oh, ja. Schlimmer ist die Ernte, kann ich dir sagen. Also, es wär sehr nett, wenn du mir beim Tee zubereiten helfen könntest. Äh. Oh, danke vielmals. Wenn wir zusammenarbeiten, sind wir eins, zwei fix fertig. Ich seh mir mal das Rezept an. Schritt 1. Blätter zum Trocknen aufhängen. Schritt 4. Blätter zerkleinern. Schritt 10. Den Tee in Rasseln packen und schütteln. Reve 5. Das war leicht. Schritt 11. Blätter entknautschen. Schritt 24. Blätter zerreiben. Level 25. So weit bin ich noch nie gekommen. Schritt 40. Tee ansingen. Hallo Tee, hallo Tee. Oh, ich trinke gern Tee. Oh. Ich bin kaputt. Was ist mit dir, Susi? Oh, äh, mir geht's gut. Nur noch ein allerletzter Schritt. Aber es ist der Allerwichtigste, das Aufbrühen. Bitte hör genau zu. Wir gießen das Wasser in die Tassen. Moment. All die Blätter machen nur so viel Tee. Verrückt nicht? Naja, egal. Jetzt stellen wir die Küchenuhr. Der Tee muss genau zwei Minuten ziehen. Ganz genau? Ja. Irren wir uns nur um eine Sekunde, gibt es eine Katastrophe. Die Zauberkräfte der Blüten können furchtbare Nebeneffekte verursachen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und das Schlimmste, er würde nicht gut schmecken. Kannst du bitte die Küchenuhr stellen? Aber ich habe gerade meinen Endwettkampf. Ach, ist nicht so schlimm. Dann mach ich's eben. Schnell, ich muss die Küchenuhr stellen. Hoppla. So, alles erledigt. Ich hoffe, ich war pünktlich. Ihr seht super aus, Glücksbärchis. Noch ein paar letzte Verbesserungen. Entschuldige, die Verspätung. Boah, Teilegern, wäre ich hier ein toller neuer Look. Ein richtiges Naturmädel. Es hat eine Weile gedauert, aber wir haben den Tee. Oh, danke schön. Die blaue Stelle gefällt mir am besten. Oh, Teilegern. Was ist passiert? Du bist ja noch gar nicht bereit. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich fertig machen. Hm, köstlich. Entschuldigt. Es gab ein paar Komplikationen. Ich hab geschuftet wie verrückt, damit ich es schaffe. Deswegen sehe ich so aus. Aber so kannst du nicht aufs Foto Teilegern. Die Kinder kommen bald an. Bitte macht sich ein bisschen sauber, aber so schnell wie es geht. Ist kein Problem. Ich nehme mir noch einen kleinen Schluck von dem Tee, wenn ich darf, ja? Na schön, aber beeil dich. Ich kann's kaum erwarten, mein Fell noch schöner zu sehen, als es ohnehin schon immer ist. Ist alles in Ordnung, Harmonie? Du siehst gar nicht gut aus. Wieso? Mir geht's super. Was soll die Frage? Oh! Mein Fell! Oh nein, der Tee! Oh oh, was ist denn los? Das passiert jetzt nicht. Nein, das passiert jetzt nicht. Hm, glaubst du, das war der Tee, Teilegern? Klar, was denn sonst? Ich weiß es nicht. Wir haben alle den Tee getrunken und dem Rest von uns geht's gut. Ah! Warum ändert sich meine Farbe nicht? Sonnenschein stark! Das dürfte heute ein interessantes Foto werden. Ich seh aus wie ein pinker Panda-Bär. Ich möchte kein pinker Panda-Bär sein. Ich möchte ein Wunderherz-Bärchen sein. Ich hab überall pinkfarbene Herzen. Was kommt als nächstes? Ein Regenbogen-Bauchzeichen? So kann ich doch nicht rumlaufen. Geht nicht gegen dich. Ich verstehe schon, mein pinker Herzchen-Freund. Das ist eine absolute Katastrophe. Unser Foto ist vermasselt. Mal wieder! Also, ich weiß nicht. Ich finde, wir sehen super-Bärchen schräg aus. Hey, Harmonie, hast du mal dein Schwänzchen gesehen? Teilegern? Das ist alles nur deine Schuld. Ich weiß, es tut mir so leid. Vielleicht, weil ich zu viel Dünger benutzt habe. Kann nicht sein. Der Dünger kann sowas nicht verursachen. Dann muss es an der Teezubereitung liegen. Das war ein Versehen. Ich war ziemlich kaputt. Versehen, hin oder her. Dank dir wird das das allerschlimmste Foto werden. Schlimmer noch, als das bei dem Brummbärchen von der Stinkeschwinne besprüht wurde. Ich weiß. Ich fühle mich furchtbar. Aber es war nicht Teilegerns Schuld. Susi, du musst mich jetzt nicht in Schutz nehmen. Du hattest mir ja geholfen. Na ja. Du hast doch Teilegern geholfen, oder Susi? Nein, habe ich nicht. Ich habe die ganze Zeit nur mein Spiel gespielt. Wirklich? Ja, ich war faul. Und du hast die ganze Arbeit gemacht. Ich meine, wenn ich dir echt geholfen hätte, wärst du nicht so kaputt gewesen. Dann hättest du den Tee richtig gemacht. Und das Ganze wäre nicht passiert. Hm. Es braucht eine Menge Mut, das zuzugeben, Susi. Ist doch nicht so schlimm. Ich bin gerne mal ein pinker Panda. Das sieht irgendwie ganz lustig aus. Und ich liebe meine verrückten neuen Farben. Sie spiegeln mein Innerstes wieder. Na ja. Gemacht ist gemacht. Und nun kommen wir zum Foto. Ich muss eben improvisieren. So sieht's aus. Ich brauche eine kräftige Weichmacherlinse. Augenblick mal, Berchis. Es gibt ein Gegenmittel, das den Tee-Effekt wieder umkehrt. Dann werdet ihr alle wieder normal. Tatsächlich? Ein Gegenmittel? Wer will denn schon ein Gegenmittel? Wie schnell kannst du's machen? Es dauert nicht lange. Das Problem ist nur, dass wir noch mehr von diesen großen Blättern brauchen. Keine Sorge, ich helfe dir, Tyle gern, Berchi. Ich auch. Bin ich gerade der Glücks-Bärchi-Bärchi, der gern mit diesen Herzen rumläuft? Auf den Beinen, auf den Armen und im Gesicht. Diese Dinger sind überall. Hey, die Kinder werden bald ankommen. Wir brauchen ein Foto für sie mit oder ohne Gegenmittel. Wir wollen sie nicht enttäuschen. Tyle und ich holen die Blätter. Wir kennen ja schon den Weg und so weiter. Bist du sicher, Susi? Ich weiß, du warst kurz davor, dein Spiel zu beenden. Vergiss mein Spiel. Wenn ich dir diesmal richtig helfe, holen wir die Blätter und machen das Gegenmittel in null Komma nichts. Na schön, aber beeilt euch, sonst müssen wir das Foto ohne dich machen. Gut, los, komm. Ein Rennen gegen die Uhr, das ist der aufregendste Moment meines Lebens. Warte, ich helfe dir. Das war gar nicht so schwer. Stell dir vor, ich habe auch schon mal Maiskuchen gebacken. Also Mais und Kuchen, beides zusammen. Unglaublich, was? Als ich mit einer lachenden Eidechse gesprochen habe, das war auch sehr aufregend. Sie hat mir die besten Witze erzählt. Und dann habe ich mal Senfhumus für Bromberchi gemacht. Und als ich mal einen Elch gefüttert habe, war das auch echt aufregend. Na dann, wir haben einen Tee gemacht. Wie machen wir jetzt einen Tee gegen Mittel? Wir müssen eine Sache anders machen. Wir singen ihn als allerletztes an. Hä? Ich weiß auch nicht, was für eine Wissenschaft dahinter steckt. Ich mag Tee, ich mag Tee, oh, ich trinke gerne Tee. Also gut, also gut. Ich weiß, wie wir es machen. Schmusi, Bromberchi, du trägst diese Sonnenbrille. Bromberchi und Sonnenschein, ihr kriegt die großen Hüte. Wunderherz und Teilegern, ihr tragt die beiden Bärte. Na los doch, los. Ich richte noch die Kamera ein und sehe, ob das Licht stimmt. Und dann kann es losgehen. Uh, es geht los. Mein Wort kratzt. Äh, Harmonie. Müssten die Mädels nicht die Hüte und die Jungs die Bärte tragen? Wer hat hier das Sagenbromberchi, hä? Ja, du hast recht, Taschen kommt schon. Die Kinder werden in fünf Minuten hier sein. Wo sind Teilegern, Bärchi und Susi? Äh, wir sind hier. Und wir haben das Gegenmittel. Hurra! Und jetzt, Glücksbärchis, ist es sehr wichtig, dass ihr nicht zu schnell trinkt. Wieso? Sehen wir noch komischer aus, wenn wir schnell trinken? Nein, noch schlimmer. Euer Aussehen könnte für immer so bleiben. Hurra! Unser schlechter Feldtag ist vorbei. Was für eine Erleichterung. Und ich bin kein Pandebär mehr. Dabei hatte ich mich schon ein bisschen damit abgefunden. Hey, ein Bärchi hat seinen Tee nicht getrunken. Nein, danke. Ich mag meinen neuen Style. Wenn überhaupt, würde ich gern noch mehr Tee trinken. Vielleicht sehe ich dann noch cooler aus. Sonnenscheinbärchi, du wirst diesen Tee trinken, verstanden? Trink schon. Äh, alles klar. Na ja, jetzt scheine ich wieder so wie vorher. Wir haben es geschafft, Tylee. Das Gegenmittel wirkt. Alle sind wieder ganz normal. Weil du so gut mitgemacht hast. Hm, ja. Und es war auch gar nicht so schlimm. Es hat sogar Spaß gemacht. Ich meine, mein Videospiel macht auch Spaß. Aber wenn ich es andauernd spiele, verpasse ich andere gute Abenteuer. Hurra! Alles ist, wie es sein soll. Jetzt müssen wir nur noch unser Foto machen und dann haben wir einen fröhlichen Tag mit den Kindern. Wartet! Nicht alle Bärchi sind bereit. Tut mir leid, aber du siehst schlimmer aus als Schlummerbärchi, wenn er seinen Schönheitsschlaf nicht bekommen hat. Na ja, dann mach das Foto eben ohne mich. Ach, teile gern. Ich wünschte, wir könnten dir irgendwie helfen. Das ist ein Wunsch, den ich erfüllen kann. Schniegel und Striegel-Zeit. Ein Schrei aus! Ja, nicht schlecht. Danke schön. Ist ja gut, ist ja gut. Die Kinder können jede Minute hier sein. Machen wir unser Foto. Susi, ob du wohl so nett bist? Wenn's nicht so viel Arbeit ist. Ha, es ist mir ein Vergnügen. Na dann, lächeln. Sag Tee. Tee? Tee? Musik 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 Musik